Deutschland ist das Rentnerparadies Nummer 1 auf der ganzen Welt. Nirgendwo gibt es so viele Rentner wie in Deutschland. Dazu gehört auch der ehemalige Lehrerangestellte Josef Hahn aus Bad Brückenau. Josef Hahn kauft immer am Ende des Jahres, kurz vor Weihnachten, in Fulda ein. Fulda ist nicht weit weg von Bad Brückenau und er sattelt die Hühner mit Freunden und mit viel Taschengeld, um im Kaufland in Fulda einzukaufen. Kaufland ist sein Einkaufsparadies in Fulda und er spart auch das ganze Jahr für diesen Einkauf. Schon am Kassenautomat zum Parkplatz ist er begeistert, wenn die Schranke hochgeht und er weiß, jetzt kann er loslegen. Jetzt geht es zu den Einkaufswagen und der wird dann mit Freude in das Kaufland geschoben. Ich habe ihn begleitet auf diesem Weg und konnte die Freude spüren, die Josef Hahn hat, hier im Kaufland einkaufen zu können. Er hat 300 Euro dabei, das müsste eigentlich reichen für alles, was er im letzten Jahr praktisch nicht gekauft hat. Das kommt heute in den Einkaufswagen. Mit Maske natürlich, denn wir haben Corona-Zeit, ist aber für Josef Hahn kein Hindernis. Wir begleiten Josef Hahn jetzt einfach mal auf seinem Weg durch die Einkaufsregale hier im Kaufland. Wir werden schweigen und staunen, was so alles in den Einkaufswagen reinkommt. Ein toller Tag in Fulda, ein tolles Erlebnis auch für unser Kamerateam. Und wir freuen uns, dass die Rentner in Deutschland diese Möglichkeiten haben, so richtig einzukaufen. Denn die Renten sind unwahrscheinlich hoch in Deutschland. Nicht so hoch wie in der Schweiz und in Österreich. Aber es reicht nicht nur für das Notwendigste, sondern das Kaufland ist immer mal drin. Und wir sehen uns, dass die Rentner in Deutschland einstürmisch. Und wir sehen uns, dass die Rentner in Deutschland einstürmisch.